Es spricht der Verordnungserklärungsbeauftragte der österreichischen Bundesregierung. Liebe Österreicher und Österreicherinnen und alle, die sich bemüßigt fühlen, in unserem Land zu leben. Seit 2019 Jahren feiern wir Silvester. Im 13. Jahrhundert erfindet der Chinese das Schießpulver und damit das moderne Feuerwerk, das seitdem den Jahreswechsel krachend und hell erleuchtet. 1857 erfand Probst Kaltenecker aus Zwettl das Sauschädelessen. Vorerst für sich alleine. Doch Unruhen und Proteste zwangen ihn ab 1863, einen Ohrwaschel und Rüssel ziehend an die Bevölkerung abzugehen. Österreich war immer die Heimat großer Silvestersöhne und Trichter. Wer erinnert sich nicht gerne an Ermi Svobotan, genannt Mutter der Kalten Platte, ihren Mann Ernstl, König des Rundops und deren Enkel Patrick, einen begnadeten Sommelier des Komasaufens. 2017 schließlich war es Karl Berfling aus Wildon, dem es als erstem Steirer gelang, sich mit einem aus Transsilvanien unter der Hand beschafften Raketenpotpourri drei Finger und zwei Zehen gleichzeitig wegzusprengen. All das, liebe Österreicher und Österreicherinnen, wird es heuer nicht geben. Kein Damenspitzen, kein Fetzen, kein Rausch, nicht einmal eine kleine Vollblut. Aber dafür darf jeder mit sich alleine spazieren gehen. In diesem Sinne, heißer Katrainere, schnür mir die Schuhe. Absatz 올 scene, drehe Krion projectseng recovery.